Ich werde richtig grantig, wenn ich verliere. Also ich bin einfach sehr ehrgeizig. Es ist auch egal, ob ich sonntags mit meinem Neffen Tischtennis spiele oder ob ich halt auf dem Tennisplatz stehe. Also ich will gewinnen. So pauschal die Spieler einfach auszuschließen, finde ich jetzt nicht das richtige Zeichen. Zumal ja weitgehend, also ich kenne niemanden, der sich nicht ausdrücklich gegen den Krieg auch ausgesprochen hat. Maultasche oder Ravioli? Maultasche, ja. Gar keine Frage. Keine Frage. Laura Siegemund, zu Gast in SV1. Leute, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Und da sprichst du schon das erste Thema an, der Morgen. Wie geht der bei dir los? Also ich habe mal, um Sportliches einzugrenzen, mir gerade mal Tennissocken und Turnschuhe angezogen. Bei dir sieht das wie aus? Tatsächlich hat es heute auch für viel mehr noch nicht gereicht. Ja, aber ich bin tatsächlich, ich sage jetzt mal nicht von Natur aus ein Frühaufsteher, aber ich versuche wirklich früh aufzustehen, damit ich einfach mein Tagesprogramm irgendwie schaffe und am Abend oder hinten raus einfach noch ein bisschen Freizeit habe. Aber das Tagesprogramm, das begleitet dich ja jetzt schon eine ganze Weile in deinem Leben, weil es zu deinem Leben dazugehört als Tennisspielerin. Wie schwer fällt dir das oder ist das so ein gewisser Automatismus? Naja, also das Tagesprogramm variiert ja ganz stark davon, in welcher Phase ich mich gerade befinde. In der Turnierphase sieht es dann ganz anders aus wie jetzt zum Beispiel in so einer Trainingswoche wie aktuell gerade. Ja, man gewöhnt sich natürlich dran. Ich mag sehr gerne diese Trainingswochen, wo ich einfach ein ganz stetes Programm habe, wo ich meine Termine kenne, wo ich meinen genauen Tagesablauf kenne. Die liebe ich eigentlich die Woche oder diese Wochen. In den Turnierphasen sieht, ist es dann das genaue Gegenteil. Also Tennis ist eigentlich ein Wartesport. Man hat halt irgendein Match zu einer Zeit, die eigentlich nicht so richtig definierbar ist in den meisten Fällen. Und dann zieht sich halt der Tag, man sitzt viel rum, man wartet viel. Und deswegen genieße ich dann die Wochen, wo ich mal nicht warten muss, sondern wo ich weiß, zack, 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 ein Programmpunkt, ein Trainingspunkt nach dem anderen. Und auch wo ich das Private einfach, sag ich jetzt mal, solide einplanen kann als festen Termin. Du gehörst zu den besten 200 der Welt aktuell. Du bist 34 Jahre. Im Sport ist das ja schon fast richtig alt. Im normalen Leben nichts, um das gleich mal anzuschreiben. Danke, nochmal. Entschuldigung. Aber was motiviert dich? Also was kickt dich jeden Tag? Ja, also in so einer Verletzungsphase. Es war jetzt meine zweite längere. Ich hatte ja 2017 einen Kreuzbandriss mit, also noch Komplexverletzungen, mit noch vielen anderen Sachen dabei. Und war da ja, ich glaube, letztendlich zehn Monate raus, bis ich wieder Turniere gespielt habe. Und jetzt nochmal sechs Monate keine Turniere. Da kommt man dann schon an Punkte, wo man wirklich, ich sag mal so, an die Grundfeste seiner Motivation kommt. Warum mache ich das eigentlich noch? Klar, natürlich dann auch mit dem Alter, wo man sich dann fragt, wie lange will ich noch spielen? Was motiviert mich eigentlich noch? Gerade wenn man dann auch in Zorea-Phasen Tiefpunkte hat, wo es halt nicht vorangeht, wo es wirklich zäh wird. Da fragt man sich das. Und ich habe auch dieses Mal in dieser Reha tatsächlich wieder festgestellt, dass mir einfach, ich lebe einfach den Sport, ich liebe Sport. Das ist auch nicht unbedingt nur Tennis, sondern ich liebe es einfach, mich körperlich zu betätigen, aber darüber hinaus. Also wirklich mich extrem körperlich zu betätigen, diese extremen Anstrengungen auszuhalten, zu schauen, was kann ich noch verbessern, wo kann ich noch was rauskitzeln. Und genauso auch im mentalen Bereich, also es geht nicht nur aufs Körperliche. Und das finde ich halt, oder ich weiß es nicht, ob ich es woanders auch mal später finde, aber ich glaube, das ist schwierig zu finden. Das finde ich halt im Profisport, diese komplexe Belastung und dieses Ausreizen von Grenzen. Und das tut mich nach wie vor, fesselt mich das und macht mir letztendlich, wenn man so will, einfach richtig Bock. Bei allem Tennis, bei aller Tennisbegeisterung, die du hast und das nimmt dir viel Zeit ein, hast du da noch Zeit für anderen Sport, den du gerne machst? Leider immer schwieriger, weil ich total gerne auch andere Sportarten spiele. Also ich habe gerne alles, wo ein Ball dabei ist, also irgendwie egal, ob es, keine Ahnung, auf ein Basketballwerfen ist. Oder zum Beispiel mit meinem Bruder habe ich früher, gab es Phasen, da haben wir viel Badminken gespielt. Oder ich habe jetzt letzten Sonntag meinen Bruder besucht bei seiner Familie und da war eine Tischtennisplatte. Da haben wir, glaube ich, zwei Stunden Tischtennis gespielt. Da könnte ich stundenlang spielen. Also ich liebe einfach alles, was irgendwie, ja, wo fetzig ist, wo ein Ball dabei ist, wo man ein bisschen taktisch agieren muss. Ja, also ich wäre jetzt nicht so der, ich sage jetzt mal Bahnen-Schwimmer oder sowas, ja. Aber ich muss leider sagen, dass dadurch, dass es halt, ja, schon auch mit dem Alter und mit dem, was man halt so über die Jahre aus seinem Körper rausgeholt hat, immer schwieriger wird, man immer vorsichtiger sein muss, dann Reize zu setzen. Und jetzt mal als Beispiel Badminken spiele ich jetzt gerade nicht, weil das ist eine ganz andere Belastung. Es geht mega dann auf die Waden zum Beispiel und dann habe ich für mein Training feste Waden, sage ich jetzt mal ganz banal, ja. Und dann fängt man an, vorsichtiger zu werden und natürlich zu gucken, okay, wo, man versucht sich natürlich nicht irgendwie da einen Stein in den Weg zu legen mit seinem Hobby, sage ich jetzt mal, ja. Und verlieren an der Tischtennisplatte, wie leicht fällt das? Es fällt überhaupt nicht leicht, aber Sonntag habe ich dominiert, ja. Ach, also dein Bruder weggefickt. Aber ich muss sagen, ich werde, ich werde, ich werde richtig grantig, wenn ich verliere. Also ich bin, ich bin einfach sehr ehrgeizig. Es ist auch egal, ob ich sonntags mit meinem Neffen Tischtennis spiele oder, oder ob ich, ja, oder ob ich halt auf dem Tennisplatz stehe. Also ich bin, ich will gewinnen, ja. Deine Turniersiege im Doppel hast du zuletzt an der Seite der Russin Vera Svonareva geholt. Und wie sehr war Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine bei euch da im Tenniszirkus überhaupt Thema? Oder wird das verschwiegen? Nee, verschwiegen wird da nichts. Aber klar ist natürlich, ich sage mal, das normale Turnierbusiness geht weiter, unabhängig von der Nationalität. Aber es hat sich schon insofern verändert, dass man viel sich unterhalten hat mit den Spielerinnen. Also sowohl jetzt zum Beispiel mit ukrainischen Spielern, dass man halt, ja, da im Training auch mal die ein oder anderen 20 Minuten wirklich verquatscht hat. Und gesagt hat, hey, wie geht es daheim? Wie bist du da betroffen? Oder wie sieht es bei dir daheim aus? Und auch, ja, auch mit den russischen Spielern, jetzt auch mit der Vera, natürlich hat man sich darüber unterhalten und auch, ja, darüber gesprochen, was das einfach für Konsequenzen letztendlich für die individuelle Person hat, das Ganze, ja. Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler sind vom Turnier in Wimbledon ausgeschlossen worden. Ist das deiner Meinung nach die richtige Entscheidung? Nee, finde ich nicht. Also so pauschal die Spieler einfach auszuschließen, finde ich jetzt nicht das richtige Zeichen. Zumal ja weitgehend, also ich kenne niemanden, der sich nicht ausdrücklich gegen den Krieg auch ausgesprochen hat. Und wenn ich jetzt gerade das Beispiel von der Vera nehme, die absolut gegen das Ganze ist und auch signalisiert hat, also auch nach außen hin das wirklich signalisiert hat und dann einfach nicht spielen darf, also das finde ich zu pauschal. Es stehen die French Open und Wimbledon als nächste große Turniere sozusagen auf dem Turnierkalender. Wie gehst du sowas an? Wie suchst du dir zum Beispiel auch eine neue Doppelpartnerin? Gibt es da eine Plattform? Gibt es da eine Börse? Nicht direkt. Es gibt tatsächlich so eine Looking List, so eine ganz banale, wo man sich draufsetzen kann, wo dann steht, okay, Spielerin XY sucht für diese Turniere oder für die ganze Saison eine neue Partnerin. Da guckt man schon auch mal drauf, aber normalerweise geht das, sage ich jetzt mal, eher so unter der Hand weg. Also, dass man einfach intern, gerade jetzt unter den Doppelspezialisten, die Konstellation kennt, auch weiß, wer fest miteinander spielt, wer sich wie lange verabredet hat. Und ja, wenn sich dann jemand verletzt und da müssen sich ja die Konstellationen wieder neu organisieren sozusagen und da gibt es dann Möglichkeiten, vielleicht jemanden abzubekommen, auf den man schon länger ein Auge hatte oder so. Also, grundsätzlich, es gibt schon einen offiziellen Weg, aber es wird dann viel untereinander einfach tatsächlich per WhatsApp einfach geschrieben. Ich habe jetzt auch, weil ich eine neue Partnerin suche, ja, teilweise ein paar Trainer, die ich kenne, wo ich weiß, die haben auch die betreuenden Pool von Doppelspielerinnen angeschrieben, gesagt, pass auf, ich suche jemanden, die kennen mich ja auch, die wissen, ich spiele zum Beispiel Ad-Seite und die dann auch, ja, schon von vornherein eigentlich wissen, was zu mir passt oder wonach ich suche. Und so versucht man eigentlich eher, eine neue Partnerin zu kommen. Ist das eher eine Geschäftsbeziehung? Auf jeden Fall würde ich sagen, eher. Es kommt darauf an, es gibt auch beste Freundinnen, die miteinander spielen, aber das ist eher selten der Fall. Du bist nicht nur Tennisspielerin, eine sehr erfolgreiche, sondern du bist damit dann ja auch Unternehmerin. Du bist, eigentlich muss man sagen, selbstständig. Du hast ein kleines Team um dich rum, mal größer, mal kleiner. Anna, wie gut bist du eigentlich so, was das wirtschaftliche Denken angeht? Ja, sicher nicht ganz schlecht, aber auch, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt die geborene Businessfrau. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich bin quasi, ich habe mein eigenes Gewerbe, ich bin selbstständig und ich komme letztendlich für alles selber auf. Und ja, man lernt dann schon viel im Laufe der Zeit, man macht viele Fehler, aber man lernt auch viel, was ich eine der schönsten Sachen auch am Tennissport finde, dass man einfach als Person so sehr wächst, ja, also dass man schon früh, das geht schon im Kindesalter los, auch durch die Reisen, die ganze Organisation, die da dahinter steht. Also ich sage jetzt mal, ich bin mit 17 alleine schon durch die, oder mit 18 in der Welt rumgeflogen und das muss man auch erstmal hinkriegen. Also wenn man keine Ahnung, ich kann mich erinnern, ich war irgendwie, habe in Lagos gespielt, ja, in Nigeria, um da irgendwie bei einem Turnier Punkte zu holen, weil es dort nicht so stark besetzt war als Teenie, ja. Und wenn man da mal nachts um einsehen in Lagos am Flughafen steht und guckt, dass einem die Taschen nicht geklaut werden, oder dass man nicht, ich weiß es nicht, aber da lernt man natürlich auch, Leute einzuschätzen, Situationen einzuschätzen und da wird man unheimlich schnell auch reif. Das merkt man auch an den jungen Tennisspielern, die einfach ein Stück weiter sind als jetzt, sage ich mal, ein normales Kind, ja. Und das zieht sich dann weiter. Später geht es eben mehr in den Businessbereich, wo es um Verträge geht, wo es, klar, da kommen auch natürlich Manager ins Spiel, aber wo man einfach sehr viel lernt, ja, selber klarzukommen, letztendlich im weitesten Sinne und zu wissen, was tut mir gut, was tut mir finanziell gut, was tut mir mit meinem Umfeld gut. Ich bin ja als Tennisspielerin komplett frei, im Normalfall, also es kommt natürlich auch auf die Konstellation an, aber ich kann mir mein Team um mich rum komplett selber, es gibt keinerlei Rahmen, also ich kann mir mein Team selber zusammenstellen, ich kann sagen, heute schmeiße ich alle raus und machen, ja, also man muss sein Team sich erarbeiten, man muss persönliche und geschäftliche feste Verbindungen eingehen können und die halten können und da lernt man schon sehr viel. Also es ist schon wie ein Unternehmen und deswegen, ja, finde ich das eine der schönsten Sachen, da auch für sich sich weiterzuentwickeln, fürs spätere Leben auch. Aber das ist ja auch für so ein Team dann eine Verantwortung. Also du stehst auf dem Platz, du holst die Kohle rein und wenn du dreimal krachend in der ersten Runde in einem Turnier scheiterst oder verlierst, dann fehlt dir ja auch irgendwo die Kohle. Genau, also das ist tatsächlich so. Ich meine, die Fixkosten, die stehen normalerweise, egal ob man gut spielt oder schlecht, ja. Trainer, Physiotherapeut, die ganzen Reisekosten, das bezahlt Mahle selbst und das, ja, was dann hängen bleibt sozusagen nach dem Turnier, liegt einzig und allein daran, wie man gespielt hat, ja. Und das kann von sehr, sehr viel sein bis dick im Minus, ja. Und das hängt halt von der eigenen Leistung ab. Das ist auch eine Art Druck, die man lernt dann zu handeln, ja, wo man auch lernt, sich vielleicht ein bisschen zu distanzieren, weil ich spiele ja nicht besser, wenn ich mehr darüber nachdenke, ja. Aber klar, Tennis ist finanziell gesehen wirklich ein happiger Sport und was oft verkannt wird, ist es wirklich nur, sag ich jetzt mal, die Crème de la Crème, die da wirklich letztendlich als Multimillionär rausgeht, ja. Also da reden wir wirklich von Leuten, die über Jahre in Top 20 sind oder die Top 10 stehen, die dann wirklich, ja, sag ich jetzt mal, die Millionenpreisgelder abgrätschen. Zu deinem Team gehört auch Antonio Succa, dein Trainer und dein Freund. Genau. Oder Mann, nee, Freund. Nee, Freund. Gut. Das heißt ja, ihr verbringt enorm viel Zeit miteinander. 24-7 eigentlich, ja. Wow. Wie handelt ihr das? Ich habe zu schmunzeln müssen, weil in der Corona-Phase war ja auch Thema, dass eben die Leute das gar nicht gewöhnt sind, so sich auf der Pelle zu sitzen und dann, ja, auf Beziehungen tatsächlich zu Bruch gegangen sind oder die Raten nach oben geschossen sind. Und da musste ich schmunzeln, weil bei uns hat sich eigentlich gar nichts verändert. Also wir sind sowieso jeden, also kann man fast sagen, jeden Tag in der Woche zusammen in einem Hotelzimmer. Wir kannten es nicht anders. Wir kannten es gar nicht anders. Also für uns hat sich nichts verändert. Und da ist mir das auch nochmal so klar geworden, wenn ich auch mit Bekannten darüber gesprochen habe, die gesagt haben, ja, ich halte es nicht mehr aus daheim, wo ich gemerkt habe, wie das eigentlich für uns Standardprogramm ist. Also das ist nicht einfach, sich so, ja, Arbeit, Privates, alles zusammen zu haben und vor allem halt auch räumlich sich da kaum trennen zu können. Also klar, man kann sich natürlich auch zwei separate Hotelzimmer nehmen, aber das machst du ja dann auch nicht. Ja, aber es schweißt natürlich auch zusammen und immer wächst auch als Paar. Du hast ja eben auch gesagt, dass du als Unternehmerin dann halt auch die Verantwortung hast, darauf zu schauen, was ist das Beste und dass du von jetzt auf gleich dein ganzes Team rausschmeißen könntest. Also das wäre dann in dem Fall ja eine ziemlich schlimme Vorstellung, oder? Also wenn du jetzt deinem Freund sagen müsstest, ich habe mir überlegt, mit einem anderen Trainer wäre ich erfolgreicher. Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man dann geschäftlich und privat sozusagen verbandelt ist. Aber es kann natürlich auch große Vorteile haben, wie gut einen der andere kennt und wie stabil das Ganze ist. Aber ich glaube, das weiß jeder, wenn man wirklich die ganze Zeit Zeit miteinander verbringt, wenn man sich auf dem Platz streitet oder Unstimmigkeiten sind, dann ist es natürlich schwierig, das zu trennen und dann beim Abendessen irgendwie eine super Stimmung zu haben. Also das ist nicht einfach, da brauche ich auch nichts, da brauche ich nicht drumherum reden. Aber ja, ich glaube, wir haben das mittlerweile eigentlich ganz gut raus. Du kommst aus Metzingen, nicht geboren, sondern geboren in Vilderstadt. Du lebst in Stuttgart, dein Freund ist Italiener, du bist eigentlich sehr viel unterwegs. Wo ist denn dein Lebensmittelpunkt oder gibt es den gar nicht? Ich würde tatsächlich sagen, mein Lebensmittelpunkt ist trotzdem in Stuttgart, aber es ist die Frage, wie immer Lebensmittelpunkt dann noch definiert. Ja, es ist wirklich so, dass man eigentlich ein Nomadenleben hat. Und dadurch, dass jetzt auch Anto aus Sardinien kommt, das jetzt auch nicht der schlechteste Fleck auf der Erde ist, haben wir dann doch auch viel Zeit dort verbracht. Meine komplette Reha zum Beispiel habe ich dort gemacht, weil ich einfach auch Meer und Natur liebe. Und ich bin jetzt auch über die Jahre, das war auch schon anders, aber über die Jahre tatsächlich etwas weniger. Also Stuttgart ist meine Heimat oder das Schwabenländle, aber ich bin trotzdem etwas weniger anhänglich geworden, dass ich jetzt nicht jede freie Zeit, die ich irgendwann mal zwischen Turnieren habe, unbedingt zu Hause sein möchte. Das war früher anders, da habe ich wirklich, wenn es zwei Tage waren, bin ich heimgeflogen, einfach um in meiner Bude zu Hause zu wohnen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin irgendwie unabhängiger geworden und fühle mich auch, wenn wir dann woanders hingehen, wenn wir irgendwo zwei Tage überbrücken, irgendwo auf den Turnieren oder eben auch mal nach Sardinien dann gehen, zwischendurch fühle ich mich da genauso gut aufgehoben. Also ich bin ein bisschen weniger attached zu Stuttgart. Weiß nicht, vielleicht auch mit dem Alter gekommen. Sprichst du Italienisch? Ja, nicht gut, aber ich kann mich jetzt wirklich unterhalten. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich mir das quasi, ich hatte einfach keine Zeit für Lektionen oder um irgendwie Unterricht zu nehmen. Ich habe immer gedacht, ich kriege das mal irgendwie online hin, hatte da aber wirklich Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der dann so flexibel ist, wie ich das halt brauche, muss ja dann auf den Turnieren auch immer Zeitunterschied mit einberechnen. Und zwar, also wenn ich dann, keine Ahnung, jetzt in Kalifornien bin und dann sind irgendwie neun Stunden Unterschied, ja, ist halt nicht so einfach da irgendwie. Und dann, wenn es dann mehr Stress ist, die italienischen Unterricht irgendwie organisiert zu kriegen, dann guckt man halt eher mal selber ins Buch rein. Und so habe ich das dann versucht zu lernen. Ich habe jetzt seit dieser Operation mit einem italienischen Fitnesscoach gearbeitet und der kann eigentlich gar kein Englisch. Das heißt, am Anfang ging das so mit Hand und Fuß und er ist echt ein guter Mann und ich wollte unbedingt mit dem arbeiten. Und das war wirklich mehr als der Ando, weil der Ando spricht ja sehr gut Englisch und wir sprechen Englisch miteinander. Also da hat das Italienisch irgendwie, ja, dann probiert man es mal und dann dauert es zu lange und dann spricht man, er rutscht man halt doch wieder ins Englische rein. Aber mit dem Fitnesscoach musste ich Italienisch sprechen, damit ich verstanden werde. Und da habe ich es so tatsächlich gelernt durch den Zwang sozusagen. Und jetzt ist es ganz gut, jetzt habe ich das Gefühl, ich kann so die Basics und kann mich unterhalten, kann in einem Geschäft auch, ich bekomme, was ich will sozusagen, grammatikalisch noch, ja, also sehr... Kann man ja drüber hinwegsehen vielleicht. Genau, genau, für den Anfang. Und jetzt wäre wirklich dann der Schritt, wo ich wirklich das sauber, also verfeinern möchte und wo ich dann wirklich ja fließend werden möchte und da komme ich jetzt langsam hin. Okay, Maultasche oder Ravioli? Maultasche, ja. Gar keine Frage. Keine Frage. Ich mache nochmal ein bisschen deine Vielseitigkeit deutlich. Wir haben über dich als Unternehmerin, als Sportlerin sowieso gesprochen, aber du hast ja auch noch einen Bachelorabschluss in Psychologie. Ja. Wo kannst du dieses Wissen in deinem Sportleralltag oder auch vielleicht als Unternehmerin einsetzen? Wo hilft dir das? Ich glaube, Psychologie hilft generell im Leben. Also es ist überall zu finden, im Alltag, im Sport natürlich wahnsinnig. Und wer sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt, ich glaube, der kann sehr viel aus sich noch rausholen. Das ist mit Sicherheit auch der Bereich, in den ich dann nach meiner Karriere mehr rein möchte. Ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten zusammen tatsächlich auch ein sportpsychologisches Buch geschrieben. Und das ist einfach ein spannendes Thema. Das hat mich schon immer gefesselt, schon als Jugendliche. Deswegen habe ich es auch studiert. Und ich werde immer gefragt, ob das mir dann auf den Platz viel bringt. Praktisch in dem Moment natürlich nicht. Also die praktisch angewandte Psychologie und die theoretische Psychologie, das sind immer zwei Paar Schuhe. Also nur weil ich weiß, wie was geht, kann ich es noch lange nicht selber dann in dem Moment auch machen oder abrufen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel. Meine Bachelorarbeit ging über Choking under Pressure, wo es eigentlich darum geht, dass wenn man führt, dass eine gewisse... Es geht nicht darum, dass wenn man führt, das dann nicht gewinnt. Sagen wir mal, man führt 5-2 im dritten Satz und gewinnt das Match dann doch nicht. Das ist nicht Choking under Pressure. Es ist wirklich, wenn man so, wenn der Körper so blockiert durch einen Druck, den man sich macht, dass man das jetzt unbedingt gewinnen muss und jetzt nicht mehr aus der Hand geben darf, dass der Körper dann so blockiert, dass man praktisch keinen Ball mehr reinspielen kann. Es ist also, was im Kopf anfängt und sich dann derart auf die Physis niederschlägt, dass die eingeübten Mechanismen, die man eigentlich jahrelang automatisiert hat, plötzlich nicht mehr abrufbar sind. Das ist Choking under Pressure und das ist was, das kann einem auch mal im Match begegnen. Und wenn ich da weiß, was jetzt für Mechanismen ablaufen, jetzt geht eins los, dann kommt zwei, dann drei, dann ist das fast eher schlecht. Also ich will mir da eher weniger Gedanken drüber machen. Ich will ja das nicht erleben und ich will so früh wie möglich einen Riegel vorschieben. Und so, da ist es vielleicht manchmal so, je mehr man weiß, ist es nicht unbedingt besser. Ja, das musst du eher beiseite. Aber trotzdem, man kann es natürlich auch wissen und sagen, aha, jetzt geht es los und dann muss man aber halt irgendwie eine praktische Strategie haben, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Und das ist halt die praktische Psychologie, dass ich weiß, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, da einen Riegel vorzuschieben, wieder zu mir zu finden, konzentriert jetzt auf den nächsten Punkt zu sein und eben nicht hier diese Kaskade irgendwie in Gang kommen zu lassen. Und das ist so für mich der Unterschied auch zwischen der Theorie und der Praxis. Guck mal so ein bisschen voraus, was darf es denn noch so sein im Tennis-Business? Was setzt du dir für Ziele? Wie schwer ist es auch, sich realistische Ziele zu setzen? Also ich denke, es ist nicht schwer, sich realistische Ziele zu setzen. Ich bin aber, ich hatte ja eine Auszeit vor, ja weiß nicht, wo ich Mitte 20 war, habe ich ja mal aufgehört zu spielen eine Zeit lang, habe meine Prio eben aufs Studium gesetzt. Und seit ich davon zurückgekommen bin, habe ich eigentlich so ein Credo für mich, dass ich mich gar nicht mehr so unter Druck setzen will durch konkrete Ziele. Ich habe angefangen und ab dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich angefangen erfolgreich zu spielen oder das umzusetzen, was ich mir eigentlich für mich vorgestellt habe. Wenn ich einfach ein bisschen auf mich achte, auf das, was mir Spaß macht, auf das, was mir in der täglichen Arbeit auch dieses Feuer bringt, wo ich dafür brenne. Und das ist dann, natürlich hat man Ziele, natürlich würde ich gerne irgendwie bei einem Grand Slam auch im Einzelnen nochmal gut spielen. Mein bestes Ergebnis ist Viertelfinale, das will man natürlich knacken und so weiter. Aber ich lege eigentlich den Fokus auf einen viel kleineren Schritt davor, nämlich, dass es mir wirklich, dass es mir Spaß macht, dass ich brenne dafür. Natürlich ist jetzt mein Ziel, in die Top 100 zurückzukommen, im Einzel auch. Im Doppel habe ich ja sehr gut einen Topstart hingelegt, da muss ich mir um meine Ranglistenpalazierung jetzt keine Sorge machen. Da wäre wirklich eher das Thema, vielleicht irgendwann doch nochmal voll auf Doppel umzusteigen. Und das wollte ich eigentlich immer mal machen, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich das Einzel sein lassen will. Und klar, man hat so seine groben Ranking-Ziele, aber mir ist viel wichtiger, dass es mir Spaß macht, dass ich körperlich gesund bin, dass ich das Gefühl habe, ich bin richtig leistungsfähig, so wie ich halt sein kann jetzt. Das ist nicht das Gleiche wie vor fünf Jahren, aber wo ich einfach merke, mein Körper kann noch richtig viel. Und spielerisch setze ich die Sachen um, die ich gerne sehen will von mir. Diese, ich sage jetzt mal, prozessorientierten Ziele sind mir viel wichtiger geworden in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Und seit ich da mehr Fokus drauf lege, geht es mir besser und spiele ich auch besser. Letztendlich kommen dann die Ergebnisse tatsächlich von alleine, wenn man so will. Einem Grand Slam über das Viertelfinale hinaus. Ich habe mir deine Erfolge natürlich dann auch nochmal im Vorlauf angeschaut. US Open im Mixed gewonnen, US Open im Doppel gewonnen. Da fehlt ja dann eigentlich noch ein Titel, um dieses Ding komplett zu machen, US Open. Ja, ja, wir haben schon gescherzt, ich zäume das Pferd sozusagen von hinten auf, ja. Also das wäre ein sehr hohes Ziel, sag niemals nie, aber ja, also um einen Slam im Einzel zu gewinnen, da müsste ich schon ein paar Schippen drauflegen. Aber das würde sich super lesen. Es würde sich sehr gut lesen, ja, ich bin absolut deiner Meinung, ja. Laura Siegmund, vielen Dank für den Besuch, das war es schon. Danke für die offenen Antworten und für die Einblicke. Und alles Gute für die Saison jetzt oder die Karriere weiterhin und wahrscheinlich dann vielleicht nochmal hier im Studio. Hoffentlich, gerne wieder. Danke. Danke.